Willkommen zu Odobrocks, Freunde! Heute bin ich ein Commander von einer Armee! Freunde, hier seht ihr meine Armee und da sind meine Gegner, Freunde. Das gibt es noch wenige. Aber, Freunde, ihr seht schon, ich habe den Tycoon schon gespielt, Freunde, und bin schon dick gut hier am reinhasseln, Freunde. Ich erkläre euch kurz, was es in diesem Tycoon geht. Und zwar geht es darum, dass wir hier unser Level abmachen können, und zwar mit diesen goldenen Marken. Wenn wir jetzt hier hinstehen, leveln wir, und mit diesen silbernen Marken können wir uns zum Beispiel hier Mörser kaufen oder wie zum Beispiel hier kommen Panzer raus, Freunde, oder aus so Lagern kommen unsere Soldaten raus, Freunde. Und sobald ich hier drauf drücke, greifen meine Soldaten an, Freunde, und dann gehen wir rein ins Battle, und ihr müsst jetzt ein Like da verlassen, damit wir diesen Battle natürlich schaffen und gewinnen. Wenn wir es schaffen, oh mein Gott, viele sterben hier. Wenn wir es schaffen, ihr müsst ein Like da lassen, Freunde. Bitte, lasst ein Like da, bitte, bitte, wir müssen dieses Metal schaffen. Ohne deine Hilfe geht es nicht. Oh mein Gott, es wird eng, es wird eng. Oh mein Gott, so viele sind gestorben, Freunde, so viele sind im Krieg gefallen. Ich kann natürlich hier mit meiner Waffe, kann ich natürlich auch mitschießen, aber ihr habt natürlich geliked, und deswegen schaffen wir hier dieses Battle und gewinnen hier. Deren Bohr, komm, 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 und let's go! Nur weil ihr geliked habt, haben wir es geschafft, Freunde, und ich würde mal sagen, wir gehen rein in die nächste Stage, Freunde, und das ist heute das Spielprinzip. Wir werden ein Armand und werden unsere Base richtig, richtig aufbauen, denn wir sind schon bei 4.4, und eigentlich startet man bei 1.1. Und ihr seht, Freunde, hier hinten sind, oh mein Gott, hier haben so viele. Guck mal, hier sehen wir gepanzerte, Freunde, da hinten sehen wir gepanzerte, wir dürfen nicht zu nah dran, äh, wir sehen hier hinten gepanzerte. Dann da, Panzer, 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 Flugzeuge hat der richtig viele, und Soldaten, Freunde. Das heißt, sobald auch unsere Soldaten sterben, bekommen wir mehr dieser silbernen Münzen. Aber die packen wir jetzt erstmal, die goldenen packen wir hier rein, machen auf Level 14. Das heißt, wir bekommen 20 Diamanten, wir haben schon 7 Wundern, und 1 Soldaten extra, Freunde. So, unzureichende Ressource, wir haben 2, äh, wir haben 2 Flugzeuge, wir haben 2 Panzer, äh, wir haben 8 von diesen Punkten, hier, und damit verbessern wir den Zustand unserer Soldaten. Zum Beispiel Basis, äh, Soldat haben 5% mehr Leben, und das müssen wir hier natürlich, äh, verbessern. Aber wir können hier erstmal 4x unser Glücksrad hier drehen und bekommen einen Magneten. Uh, das ist geil, 4 Magneten, da können wir direkt alle Coins aufsammeln. Wir drücken nochmal, komm, Glücksrad, gib mir was Gutes. Ah, okay, Heal, Heal ist auch okay, Heal, damit können wir uns selber heilen. Komm, 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 gib mir gepanzerte Soldaten. Oder Diamanten, 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 bleib stehen, nein. Wieder Magneten, aber Magneten sind nicht so schlecht, das ist gut, das ist gut. Und, Freunde, wir drücken drauf, komm, 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 ja, 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 nein, nein, nicht schon wieder Magneten. Warum kriege ich denn die ganze Zeit Magneten, Freunde? Das ist ja übel lame, okay. Ähm, oh, wir haben hier einen super Try. Drücken, komm, gib mir das Goldene, gib mir das Goldene. Ja, wir kriegen das Goldene. Let's go, let's go. Bleib stehen, ja, let's go. Okay, was haben wir da bekommen? Mein Gott, okay, ich habe ein bisschen Angst, das zu aktivieren, aber wir müssen es direkt aktivieren. Ich sage euch ehrlich, Freunde, ihr seid doch auch scharf drauf, ich kenne euch. Und, Freunde, ich habe tatsächlich noch ein Code für euch, und zwar To-O-S-R-Z-M. Herzlichen Glückwunsch, dafür kriegen wir 15, 50 Diamanten. Also, gebt den Code ein, falls ihr spüren wollt. Link ist natürlich immer unten in der Infobox, Freunde. Und ich würde mal sagen, wir haben 23 Soldaten, 2 Flugzeuge und 2 Panzer. Warte mal, wir haben noch hier 40 Coins. Wir holen uns hier nochmal einen Mörser, der schießt automatisch auf die feindliche Base. Dann haben wir nochmal 30, holen wir uns nochmal einen Mörser. Die Mörser sind übelstark, by the way, Freunde. Und dann haben wir nochmal 10, ich kann sagen, wir gehen hier mit den 10 hier bei den Soldaten rein, weil ich glaube, wenn wir das jetzt nochmal upgraden, bekommen wir bessere Soldaten ran. Ich sage, holen wir unsere Gepanzerten. Bum, 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 bum. So, alle 5 Gepanzerten, meine Leibgarde sozusagen. Dann packen wir doch den hier raus. Ah, Bevölkerung ist voll, schade. Okay, dann gehen wir einfach rein, Freunde, und schauen uns an, was passiert. Okay, die Mörser haben gerade schon geschossen, ihr habt es vielleicht schon gesehen. Wir bleiben natürlich in der Mitte und schießen hier mit. Oh mein Gott, alle sterben. Okay, wir machen den Magnet an. Während wir Magnet hier mal anmachen, kriegen wir hier unsere ganzen Sachen zurück. Und oh mein Gott, wir werden so sterben. Sie seht schon, wir werden so hart sterben. Okay, den Magneten sollten wir vielleicht am Ende erst. Aber wir haben guten Damage gemacht. Die Frontline von ihm haben wir schon hops genommen, sage ich mal. Dann haben wir mal hier in der Zeit, wo die auf die anderen gehen. Alle einleihen. Ich habe den Kult. Okay, die gehen wieder weg, die gehen wieder weg. Hier, guck mal, die Tanks sind gut. Hier ein Panzer, noch Flugzeug. Wir machen guten Damage, wir machen guten Damage. Aber wir müssen auf jeden Fall noch besser sein, denn ich werde mich nachher freuen. Das habe ich euch noch nicht gesagt. Wir werden uns nachher ein Supersoldat holen oder ein Superroboter. Ich weiß es gerade nicht, was das genau war, aber irgendwie so was. Supersoldat oder ein Superroboter. Werden wir uns auf jeden Fall kontrollen und werden dann schauen, wie wir hier durchrasieren. Okay, unsere Gepanzerten kriegen schon einen leichten Schaden. Ich gönne mir mal hier die ganzen Sachen noch. Zack, der Panzer muss hier noch sterben, weil dann genau kriegen wir die Münze dafür. Und wir können wieder zurück zur Base. Denn unsere Leibgarde kommt natürlich wieder zurück. Wenn wir die hier einmal reinschicken zu anderen, kommen die noch mal zurück. So, mit den Goldenen gehen wir natürlich in Level rein. Wir sind schon Level 14. Ich habe den schon gespielt. Leider ist die Aufnahme kaputt gegangen. Aber, weil das so geil war, wollte ich es auf jeden Fall nochmal bringen. Und wir werden uns das mal kurz hier angucken. 1000 Diamanten können mit einem LG. Hohemobilität. Mein Gott. Tesla Tank kostet 500. Aber warte mal. Panda Tank ist auch geil. Könnten wir uns rein theoretisch auch holen. Aber wir gehen natürlich mal hier. Supersoldat. Den will ich eigentlich haben. Wir haben zwei Punkte. Aber bekommen wir das? Ich glaube, den Supersoldaten kriegen wir erst später, Freunde. Weil wir haben schon zwei Punkte. Punkte von drei. Das ist ja schon mal gut. Und den Feld. Können wir uns auch bald rein. Hier unten schon. Auf den können wir sparen. Und ich würde mal sagen, wir kaufen uns den Commander Tank. Rein der Abfahrt. So, wir haben. Oh, wir können das verstärken. Holen Sie ein neues Reittier. Warte mal. Das ist ein Reittier. Da kann ich drauf. Das wird natürlich verstärkt. Wir lassen mal diesen Feldjäger Jeep Dings Bums. Wir gehen lieber hier rein. Verstärken. Müsst du alles so. Rein da. Und dann, äh. Wie kriege ich den aber? Ah, Ausfluss. Oh, mein Gott. Schaut mich an. Okay, Freunde. Okay. 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 Wie kann ich hier absitzen? Das ist eigentlich, glaube ich, egal. Denn wir können zum Beispiel hier drauflaufen. Und, ja. Geben es trotzdem aus. So, unsere Feldjäger brauchen noch ein bisschen Coins. So, wir sind voll. Nein. Wir hätten uns in ein Flugzeug rein investieren sollen. Aber egal, Freunde. Ich würde mal sagen. Abfahrt. Angriff. Wir gehen rein. Wir gehen auf die Rechten. Wir gehen auf die Rechten. Denn wir haben jetzt unseren richtig fetten Panzer. Oh, jeez. Boom. Unsere. Oh, mein Gott. Wir sind, glaube ich, sehr gut dabei. Wir sind sehr gut dabei. Oh, mein Gott. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, mein Gott. Wie viel Damage wir machen. Ich mache so viel Damage, Freunde. 111 Damage. Das ist richtig krank. Das ist richtig krank. Komm. Schick noch einen. Schick noch einen. Ja, schick. Schick. So, zack. Alles nochmal einsammeln, bitte. Danke. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So. Die rechte Seite haben wir natürlich gecarried. Habe ich gecarried, Freunde. Zeig euch ehrlich. Ich gehe rein. Ich gehe rein mit dem. Guck mal. Kampftank, Freunde. Wir werden alles zerfetzen. Guck mal. Und unsere gepanzerten Panzer hier. Hier. Die tanken das alles sozusagen. Wir schießen von hinten einfach rein. Boom. Machen Damage. Boom. 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 Wie so ein Ninja, Freunde. Mit einem fetten Panzer irgendwie. Weil wir gehen jetzt einfach dahinter und drehen uns nicht. Ah, doch. Das Flugzeug hat uns gesehen. Ziehen wir auf uns. Nein. Okay. 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 Unsere Guardians sterben. Unsere Guardians sterben. Wir haben aber noch ein gutes Leben. Wir haben noch ein gutes Leben. Alles gut. Alles gut. Wir klären. Alter. Wir haben uns einfach den heftigsten Roboter geholt, um hier in der Kriegshirurg alles zu zerfetzen, Freunde. Ich werde der beste Commander. Den skippt. Und dann würde ich mal sagen, der geht uns jetzt natürlich auch flöten. Aber, Freunde, wir haben noch ein gutes Leben. Wir haben noch ein gutes Leben. Wir bleiben drin. Wir bleiben drin. Wir machen alles alleine. Wobei, das sind schon noch viele Gegner. Wir gehen mal lieber zurück zur Basis, bevor unser Commander-Tank natürlich kaputt geht. Denn, guck mal, der schießt mit drei Rohren. Und ich schieße extra auch noch mal mit meiner Waffe. Das ist richtig krank. Okay. So, Freunde. Wir packen hier mal und equippen mal unsere Army und gucken, was für Leute da jetzt rauskriegen. Oh, warte mal. Wir haben einen Freund. Wir haben einen Freund, der uns hilft. Geil. Okay. Wir packen natürlich hier bei den Flugzeugen noch was rein. Die Frage ist, wie kann ich hier aufstehen? Ich glaube, wir müssen wieder hier hinfahren. Entfernen. So. Dann können wir gut aufteilen. So. Wir brauchen auf jeden Fall noch Flugzeuge. Oh, der Bruder hilft uns. Der Bruder hilft uns. Aber wir brauchen eigentlich seine Hilfe. Nicht denn. Wir sind schon stark genug. Wir packen hier nochmal alles in den Level rein. Und dann würde ich sagen, wenn unsere Jets ready sind. Unsere Mörser sind ready. Dann würde ich sagen, wir holen uns jetzt mal unsere Guardians tot sind. So eine Drohne. Yo. What the hell? Okay, Freunde, wir gehen rein ausrüsten. Und ich würde mal sagen, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass unser Zeppelin, unser Kampfzeppelin nicht zerstört wird. Und ich würde mal sagen, Handgriff, Jungs. Wir werden hier die ganze Base komplett raiden, Freunde. Und da hinten, guck mal, Freunde, wir sind bei 4.5. Ist ein Endlust. Wir gehen rein. Abfahrt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie schnell klären wir das? Wie schnell klären wir das? Oh mein Gott. Unser Zeppelin bekommt null Damage gefühlt. Unser Zeppelin bekommt null Damage gefühlt. Was? Oh mein Gott. Okay, Freunde. Da würde ich nur sagen, wir erobern hier die Flagge. Und dann rein in die Lutzi. Und der eine Typ ist natürlich raus, denn er weiß, ich bin stärker als er. So. 4.5. Wir haben... So ein Punkt. Haben wir? Wir haben 9. Wir brauchen 10. Wir haben bei unseren Kampfschutz keine Punkte mehr. Let's go. 3 Panzer. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Okay. 14 Punkte haben wir noch. 14 Punkte haben wir noch. Hier können wir tauschen. Gold in Silber. Einen tauschen wir. Kommen wir ein bisschen Silber. Wir haben 15 Silber. Aber wo packen wir die jetzt am besten rein? Flugzeuge? Flugzeuge, ja. Auf jeden Fall Flugzeuge. Packen wir ein Flugzeug rein. Ich würde mal sagen, wir setzen uns auf, Freunde. Oh, wir können nicht die Zahn. Äh, jetzt reparieren. Oh, die Reparatur kostet auch Diamant. Okay. Da müssen wir drauf achten. Aber ich würde mal sagen, wir machen unseren Tank, unseren Panzer, machen wir noch gepanzerter, dass man den nicht so schnell kaputt macht, Freunde. Und ich würde mal sagen, unsere Kampfeinheiten sind bereit. Und ich würde mal sagen, warte mal, was sind das für... Was sind das für Avengers? Er hat SWAT-Einheiten. Okay, Freunde. Das ist mir egal. Wir haben unseren Zeppelin. Und wir gehen rein in den Kampfabfahrt, Jungs. Boom. Unsere Mörser von hinten. Habt ihr gesehen? Bam. Die machen guten Damage. Und wir gehen rein hier. Wir gehen rein hier. Wir gehen rein hier. Oh, mein Gott. Was für ein... Was für ein... Oh, mein Gott. Massaker. Das ist einfach ein Massaker, Freunde. Aber wir machen guten Damage. Wir machen guten Damage. Um natürlich unseren Kampf-Tank, unseren Commander-Tank hier zu entlasten. Ich würde sagen, sobald unsere Einheiten tot sind, gehen wir raus. Tschüss, wie viel Panzer hat denn der? Wir gehen von hinten rein. Wir gehen von hinten rein. Von hinten. Sehr schön. Sehr schön. Unser Zeppelin darf auch nicht zerstört sein. Oh, mein Gott. Wir müssen back. 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 Okay, unser... Da ist noch ein Dingsbums. Aber wir können ja den hier machen und kriegen alle zurück. Ich würde mal sagen, Freunde, wir können den Mörser verbessern. Oder wir wollen nochmal Panzer. Ne, Panzer können wir eh nicht mehr. Haben wir schon. Was ist das? Unterstützung. Ah. Aha. Wir könnten bei einem Mate helfen. Dafür vielleicht Punkte bekommen. Aber das ist uns erstmal egal. Wir sagen, wir packen jetzt erstmal in den Mörser rein. Wir packen in den Mörser rein. Und dann... Oh, warte mal. Wir haben noch Goldene. Wir brauchen... Guck mal. Leveln können wir eh nicht mehr. Das heißt, wir machen die Goldenen zu Silbernen. Oh, mein Gott. Let's go. Dann verbessern wir unseren Mörser. So, zack. Boom. Verbessert... Oh, mein Gott. Verbessert der Mörser. Richtig geil. Und dann würde ich sagen, machen wir... Dann 25, 20 machen wir nochmal ein Agentenlager. Also so ein... Hier, Army-Lager, sag ich jetzt mal. Dann würde ich sagen, Freunde, holen wir unseren Kampfjet. Naja, unseren Commander-Tank. Boom. Und dann würde ich sagen, geht's los mit der wilden Fahrt, Freunde. So, ein Ding ist das. Boom. So, okay. Geh nach rechts. Nein, das ist dumm. Nicht nach rechts gehen. Links sind doch viel weniger. Egal. Links lassen wir jetzt erstmal. Wir gehen auf die Swats. Wir gehen auf die Swats. Unser Zeppelin tankt auch sehr gut viel. Unser Zeppelin tankt auch sehr, sehr viel. Aber... Komm, komm, komm. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Ich bin nur noch mit Zeppelin. Das macht keinen Sinn. Ich bin nur noch mit Zeppelin. Komm, wir machen noch Damage. Wir machen noch Damage. Unser Zeppelin darf auf jeden Fall nicht down gehen, Freunde. Wir können noch ein bisschen Damage machen. Oh mein Gott. Okay. Ja, schön, 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 schön. Okay, warte. Wir müssen zurück. Zack. Wieder aufbauen, wieder aufbauen. Ihr wisst Bescheid. So. Wir haben Gold, ne? Pauschen wir jetzt erstmal kurz. Haben wir hier? Warenkorb. Beim nächsten Level werden wir hier. Oh, die Namensschüler wartet. Die gehen wir für das nächste Level mit. Können wir für das nächste Level mitmachen. Und wir können unsere Waffe auch verbessern. Aber, ja, das macht mehr Sinn, Freunde. Verbessern unsere Waffe. Meine eigene. Schaut mal jetzt. Boom. Neue Waffe. Let's go in the go. Okay, Freunde. Seid ihr bereits? Alle sind wieder hier ready. Oh mein Gott. Wir müssen bei den Jets mal gucken. Jets haben nicht mehr so viel Treibstoff. Und wir gehen wieder rein, meine Damen und Herren. Nach links, nach links, Jungs. Nein. Jungs, die wo links sind, die sind einfach RIP. Jetzt passt auf. Bam, 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 bam. Die ganzen Tags nehmen die direkt hops. Und wir gehen hier in die Mitte. Let's go. Angriff, Jungs. Angriff, meine Damen und Herren. Wir werden alle zupfen. Let's go, Freunde. Wir werden die Boss-Stage hier natürlich schaffen. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ja, easy. Guck mal. Easy. Och, dieser Zappel, ne? Den hat man zwar nicht für immer, Freunde. Aber der Kevin ist auf jeden Fall schon richtig fett, würde ich sagen, Freunde. Wir brauchen auf jeden Fall auch den Superhelden. Vielleicht gehen wir mal, vielleicht gehen wir mal einem helfen. Komm, ich und der Zappelin werden jetzt die ganzen Tanks hier selber machen. Wir machen das hier selber, Kollege. Wir machen das hier selber, Kollege. So ein Ding ist das nämlich, Kollege. So, zack, zack. Guck mal. Ich mach Splash, damit ich komm, boom, tot. Alle down. Let's go, Baby. Wir holen uns natürlich die Flagge. Und dann haben wir auch 4.5 geschafft. Das heißt, wir sind bei 5.1. Och, ich hab ein bisschen Angst, Freunde. Und wir haben keine Münzen. Wir haben nur 10. Wir holen uns hier die 20. Das ist sehr gut. Das war sehr gut. 30 Münzen. Und wir müssen natürlich erstmal die laufen. Und wir können uns das mal aus unserem Schlachtrost. Und warte mal. Hier, wir können uns wieder bei Forschung schmerzt plus 5. Können wir uns kaufen. Die Soldaten werden stärker. Die Soldaten werden immer stärker. Das ist nice. Ich glaube, dass diese Tokens bekommen wir, wenn wir Leuten helfen. Ich kann mal sagen, bevor wir jetzt hier... Warte mal. Die können wir ja schon mal aufbauen. Boom. 20 haben wir noch. Dann bauen wir für 20 noch... Ah, Flieger macht keinen Sinn. Wir brauchen Panzer. Hier, Panzer können wir uns für 20 noch aufbauen. Wir können die schon mal kommen. Und wir gehen mal jemandem helfen. Am besten helfen wir mal. Hier, guck mal, der ist bei 1 plus 2. Wir helfen bei dem. Wir helfen mal dem. So, vielleicht... Äh... Braucht er Hilfe. Oh, bestimmt meine Hilfe. Hallo. Was geht, Bruder? Ich helfe dir. So. Ich helfe ihm. Oh, guck mal. Wir kriegen pro Stage immer so einen Helfer. Das heißt... Wartet mal. Das heißt... Wir können doch rein, theoretisch. Okay, Heldensoldat muss Level 3 sein, um einen Lasertank zu bekommen. Okay. Okay, warte mal. Ich gehe einfach schon mal rein. Ich clear für dich. Ja, Bruder. Ohne Probleme. Komm. Angriff. Angriff. Zeppelin. Komm. Will ich leben? Ja, ich will hier leben. Aber Zeppelin macht guten Damage. Boom. Er wirft einfach Bomben runter. Er wirft einfach Bomben runter. Boom. Boom. Und easy. Ich habe dich gecarried, mein Freund. Komm. Okay. Er muss die Fahne runter machen. Er muss die Fahne runter machen. Oh, da ist mein... Da ist mein Supersoldat. Was? Wie geil. Hä? Wie geil ist der denn, Freunde? Okay. Sobald er Angriff macht, glaube ich, kommt mein Supersoldat. Wie geil. Okay, Freunde. Wir helfen jetzt mal unserem Freund hier ein bisschen. Nein, wir sind eh schon weit, Freunde. Weil das Ganze muss ich hier mithelfen. Und wir kriegen diese Punkte, womit wir natürlich unseren Supersoldaten-Level. Guck mal. Level 4. Guck mal. Wir brauchen vier Stück davon, damit wir... Beziehungsweise drei Stück davon. Ne. Der muss Level 3 sein. Das muss, äh... Da ist ein bisschen mehr Hustle, sag ich mal. Und mein Supersoldat ist da. Komm, Brudi. Ich gehe schon mal rein mit meinem Supersoldaten. Ich rasiere hier eh alles weg. Und Abfahrt. Reiner. Angriff. Angriff. Und oh, der schießt Laser. Hä? Wie geil. Ich helfe einfach irgendeinem random. Auch wenn er nicht will, ich helfe ihm einfach. Ich rush ihm einfach alles durch, Freunde. Wie geil ist das denn? Und tot. Wie gesagt, Freunde. Falls ihr das auch spielt. Und falls ich mal online bin. Und zu eurer Gruppe auch öffentlich machen. Können wir vielleicht auch mal zusammenspielen. Deswegen. Like da lassen, Freunde. Sehr, sehr wichtig. Und natürlich auf meinen Discord kommen. Denn da spielt auch viel, Leute. Umlos. Und wir haben wieder einen Punkt. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt hier Supersoldaten. Eigentlich sollte uns das reichen. Wir gehen mal zurück zu unserem. Wir gehen mal zurück hier. Und, äh... Oh, wir müssen warten, bis unsere Soldaten kommen. Aber unser Supersoldat ist immer noch da. Das ist ja mal geil. Hä? Das ist jemals geil. Und jetzt haben wir sogar noch so einen Tank. Boom. Freunde, guckt mal. Mit Super... Guck mal. Supersoldat. Mein Commander-Tank. Und mein Luftschiff. Was einfach nie tot geht. Wenn wir aufpassen. Wir müssen aufpassen. Weil dann geht der auch nie down. Da und Herren. Seid ihr bereit für den Krieg. Seid ihr bereit für die letzte Schlacht. Es geht los, Freunde. Seid ihr bereit für die letzte Schlacht. Wir gehen rein in... Ah, einer muss noch. Und... Angriff. Los, Freunde. Wir gehen rein in die Mitte. Wir gehen rein in die Mitte. Denn da sehe ich schon gepanzerte. Wir gehen von hinten rein. Am besten hier so nach links. Zack. Und haben sehr gut schon welche ausradiert. Wir haben sehr gut welche ausradiert. Der Supersoldat stirbt. Wir gehen zurück zur Basis. Wir gehen zurück zur Basis. Okay. Unser Supersoldat wäre fast gestorben, Freunde. Zack. Wir sammeln alles ein. Okay. Ich habe eine Idee, Freunde. Ich glaube... Wir müssen auf jeden Fall... Börser kaufen. Flugzeuge kaufen. Okay. Ihr als nächstes kaufen. Jetzt ballern wir mal hier rein. Flugzeug. Zwei noch rein. Okay. Kriegen wir jetzt zwei... Flugzeuge. Oder? Hier eins noch. Okay. Schade. Schade Schokolade. Und unser Held ist hier hart am Strugglen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn unser Supersoldat stirbt, Freunde. Da habe ich ein bisschen Angst drum. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst drum. Aber... Let's go in the bow. Wir gehen rein. Oh, warte. Da natürlich... Gold liegen lassen. Mal schauen, was passiert, wenn unser Supersoldat stirbt. Wir gehen doch nicht in die Mitte, weil... Rechts ist sehr eklig, weil das sind nur Flugzeuge und Panzer. Hier links können wir Damage machen. Zack. Wir schießen hier. Bam. 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 Unser Supersoldat ist tot. Nein. Supersoldat. Bitte dich. Bitte. Okay. Oh mein Gott. Unser Zeppelin. Schwierige Angelegenheit. Aber würde er es schaffen, wird er es schaffen, noch diesen Stack hier zu eliminieren? Ich muss auf jeden Fall noch früh genug raus, dass der hier nicht... Dass der mir hier nicht weg stirbt. Der Zeppelin. Ja, 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 komm, komm, komm. Das schafft er aber. Der ist übelst... Alter, der Zeppelin. Freunde, wenn ihr den bekommt, passt echt auf, dass er nicht schnell kaputt geht. Der ist übelstark. Hä? Das ist ja unnormal krank. Guck mal. Ich zerfetze hier alles selber mit meinem Zeppelin. Zack, zack, zack. Wir machen hier übelst guten Damage-Boo. Sehr schön. Komm. Der Rest kommt auch noch. Angriff, Angriff, Angriff. Nicht auf meinen Zeppelin. Nein, die gehen auf meinen Zeppelin. Ich will keinen Rückzug machen. Ich will keinen Rückzug machen. Jetzt gehen sie auf mich. Okay, sie gehen auf mich. Oh Gott, wie viel Damage. Wie viel Damage ich mache. Ich glaube, ich muss gleich einen Rückzug machen. Ich muss gleich... Wobei, wir schaffen es. Wir schaffen es. Let's go, wir schaffen es. Wir haben es geschafft, Freunde. Let's go. Und ich glaube, unser Supersoldat kommt jede neue... Ja, Supersoldat ist wieder da. Okay. Sobald er stirbt, kommt er in der nächsten Stage wieder. Das ist ja mal übelst super, Freunde. Den müssen wir halt auch aufmotzen. Aber dafür müssen wir anderen Leuten helfen. Wir gehen jetzt mal unser Level ab, sage ich jetzt mal, Freunde. Hier, zack. Ah, wegen vier Punkten haben wir es nicht geschafft. Okay, wir haben 50 Punkte. Das heißt, wo gehen wir rein? Wo gehen wir rein? Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen Bedacht machen, Freunde. Denn nächste Stage ist ein bisschen schwierig. Und das ist natürlich die letzte für heute, Freunde. Aber, falls euch das Video hier anbaut, können wir natürlich auch mal nochmal eine Stage... Also nochmal ein Video darüber machen. Aber wir gehen jetzt auf die Stage B zu. Und schaut mal diese Armee an, Freunde. Es wird immer schwieriger, immer schwieriger, umso weiter ihr kommt. Und wir müssen so langsam jetzt mal gucken. Also wir haben 50. Wo packen wir die rein? Wir brauchen Mörser ist wichtig. Mörser ist wichtig. Wir könnten ihn nochmal verbessern. Direkt stärkere Mörser. Oder wir holen zwei Mörser. Ich glaube, zwei Mörser ist wichtig, also besser. Und dafür halt keine Flugvergütze. Dann würde ich sagen, okay. Zwei Soldaten noch. Ne, halt das in die Flucht, die uns fehlen. Reindach. Mörser machen gut Damage. Ach. Die gehen richtig falsch rein. Aber wir gehen mal ab in die Mitte. Und ich glaube, unser Zeppelin wird gleich down gehen, Freunde. Unser Zeppelin wird gleich down gehen. Ah, der wird sowieso down gehen. Bleibt so lange drin, bis unser Zeppelin natürlich down geht, Freunde. Und unser Supersoldat ist auch... Nein! Wir müssen den Supersoldaten auf jeden Fall auch leveln. Das ist sehr, sehr wichtig. Oh, er hat so lange gehalten. Nein! Unser Zeppelin ist down. Äh... Ah, warte mal. Ich habe ein Medikind. Das hilft hier nicht. Aber... 20 Leute, kommt rein. Abfahrt, Jungs. Abfahrt. So ein Ding ist das. Rein da. Damage machen. Damage machen. Aber wir hätten uns Flugzeuge kaufen sollen. Verdammt. Verdammte Hühnerkacke. Aber... Zack, 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 zack. Wir haben schon ein gutes Mount. Wir haben ein gutes Mount, wo auch gut Damage macht. Aber wir dürfen... Oh, wir dürfen die Netzreihe nicht pullen, weil die sind auch ekel. Und wir gehen weg. Wir gehen weg. Einmal alles aufsammeln. So, wir tun jetzt mal wieder unser Mount zurück. Denn bis entfernt... Guck mal, wird das in 5... ...da full life sein. So, in der Zeit können wir natürlich kurz nochmal an unsere Level denken hier. Level 6. Wir können einen mehr Soldat bekommen. Superheld ist... Oh, Superheld ist jede Runde da. Geil. Oh, 42 haben wir. Wir müssen auf jeden Fall mal... Nicht so viel. Vier Stück reinpacken. Das ist gut. Wir kommen zwei Schrauber. Die können wir auch verbessern. Aber ich glaube, wir gehen mit dem Mörser rein. Der Mörser muss... Das ist blöd. Nein, wir machen... Wir ziehen die jetzt gleich auf. Und jetzt geht's los, Freunde. Cool gestackt. Wir gehen rein. Ah, die splitten sich. Die splitten sich. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir gehen natürlich nach rechts, weil das ein Meer. Aber die sterben direkt weg, die Soldaten. Die sind irgendwie übelst schlecht. Warum kriege ich keine SWAT-Einheiten? Ich check's nicht, Freunde. Ich hab das noch nicht ganz raus, das Game. Aber... Ja, alle schon tot. Das ist das... Das kommt zurück zur Basis. Zurück zur Basis. Zurück zur Basis. Das sind meine Punkte in der Zeit natürlich. Ich würde mal sagen, wir machen mal eine Sellout-Runde, sag ich mal. Das heißt, wir schicken alle unsere Soldaten rein. Die sterben. Wir kriegen Marken. Und dann gehen wir fett rein, Freunde. So ein Ding ist das. Das ist der Plan. Abwarten. Wir bleiben erstmal hinten. Chillen. Wir schauen mal. Die sollen ein bisschen mal die Damage ankratzen. Wir machen hier... Zack. Keiner Level... Nein. Level 17... Äh, Level 16 hätten wir fast bekommen. Zur Flugzeuge. Mit stärker? Ich weiß es nicht. Machen wir nochmal so eine... So eine Geldrunde sozusagen. Boom. Geldrunde rein. Danach schauen wir mal, ob die Flutage vielleicht verbessert sind. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die verbessert sind, Freunde. Okay. Wir schauen. Ah, ja. Also... Guck mal. Die gehen so schnell down. Die Soldaten, die sind echt wirklich schlecht. Die Flugzeuge haben Doppelturbinen jetzt. Haben die Freundin auch Doppelturbinen? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Zack. Einmal bitte mein Geld hier. Und wir sind... Level 16. Sehr nice. Oh, 17. 17. Wir haben nochmal einen bekommen. Nochmal einen... Äh... Truppler. Abfahrt. Angriff. Jawohl. Angriff, Angriff, Angriff. Damage machen. Boom. Boom. Super Soldat. Geht rein. Super Soldat. Hat ein Flugzeug runtergeholt. Das ist sehr, sehr nice. Wir gehen rein in die Mitte. Wir gehen rein in die Mitte. Ich tanke hier alles. Ich tanke hier alles. Let's go. Let's go. Let's go. Linke Seite hat... Die linke Seite hat nicht überstanden, Freunde. Aber das ist nicht so schlimm. Wir gehen rein. Komm, 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 komm. Guten Damage. Guten Damage raus. Ballern, 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 ballern. Müssen wir irgendwie noch down kriegen. Wahnsinn. Ich mache krassen Damage, Freunde. Dieser Commander Tank, Freunde. Ich sage euch ehrlich. Çok güzel, Decker. So Flugzeuge sind auch sehr stark, ne? Aber er hat auch schon die starken Flugzeuge. Richtig Damage. Aber ich mache guten Splash-Damage. Guck mal, wie schnell die down gehen. Machen die Tanks noch down. Und... Zurück zur Basis. Boom. Einmal alle Teile hier bekommen. Packen den Panzer weg. Weil wir müssen wieder alles preparen, Freunde. So. Äh, hier. Bam, 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 bam. Okay. Schick mir Panzer. Schick mir Panzer. Okay. Er schickt mir gar keinen Panzer. Gut. Äh, ich glaube, wir müssen erstmal die ersten Panzer reinschicken. So. Weil, eigentlich hätte ich das jetzt geschafft. Aber ich will die neuen Panzer sehen. Aber die sterben eh. Guck mal. Diese Line da hinten. Ist so OP, ne? Merken wir uns, wie der Panzer hier aussieht. Und dann schauen wir mal, ob unsere Panzer hier abgebildet sind. Außer die schaffen das jetzt wirklich. Wenn die das jetzt schaffen, wäre das echt traurig. Die schaffen das sogar. Die schaffen das! Äh, äh, die schaffen das wirklich. Ja, ich hab das... Äh, ich hab damit gar nicht gerechnet. Weil, wenn ich jetzt hier reingehe, restarten wir einfach alles. Ah, ne, tun wir nicht. Stopp mal. Tun wir nicht. Schauen wir mal, was jetzt für Panzer... Wir haben neues Geschütz drauf. Wir haben neues Geschütz drauf. Okay, Freunde. Eigentlich wollte ich nicht weitermachen. Eigentlich. Aber das macht süchtig. Ich sag euch ehrlich. Es kommen bessere Soldaten. Guck mal. Ah, guck mal. Das sind bessere Soldaten, das sind schlechtere Soldaten. Das heißt, wenn wir die immer pushen, kriegen wir bessere Soldaten. Gut, Freunde. Dann wissen wir schon mehr Bescheid. Auf jeden Fall. Ich würde mal an der Stelle sagen, ich muss hier leider einen Cut setzen, Freunde. Wir haben schon richtig lange gespielt. Aber wenn ihr Bock habt auf den zweiten Part, wo wir hier den Boss jetzt besuchen, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt. Sie sehen, was im Spielen unten in der Info-Box. Ich schicke nochmal alle Soldaten rein. Die werden eh lächerlich versagen, würde ich mal sagen, Freunde. Wir haben heute richtig krasse Sachen gefreigestellt, auch die Super-Soldaten. Den würde ich euch empfehlen. Helft Leuten. Holt euch den Super-Soldaten, weil der bringt euch auf jeden Fall sehr viel. Ich würde auch sagen, bis hierher bis morgen bei einem neuen Video. Macht's gut. Habt euch lieb. Und ciao.